Ich bin für das BGE, denn jeder Job, der automatisiert werden kann, soll automatisiert werden und alle sollen davon profitieren. Ich bin pro BGE, weil ich als depressiv Erkrankte es sehr, sehr wichtig finde, dass Menschen nicht von Behörden in irgendeiner Weise schikaniert werden und ich glaube außerdem, dass das keinen Missbrauch geben kann, weil ich vertraue den Menschen. Durch das BGE wäre es möglich, eine Umverteilung hinzubekommen, bei der die Menschen dann wirklich davon profitieren, dass Arbeit automatisiert wird und dass sie Zeit haben, sinnvolle Dinge zu machen, dass sie sich wieder um ihre Familien kümmern können, um Alte kümmern können, um ehrenamtlich zu arbeiten und ich glaube, dass es zwangsläufig so ist, dass wir es brauchen werden, das BGE und dass die logische Weiterentwicklung unserer Gesellschaft ist. Ich brauche ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit meine Kunst niemandem gefallen muss. Ich will nicht, dass mein Überleben von einem Markt abhängt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht mir, so zu sein, wie ich sein will und nicht, um anderen gefallen zu müssen. Es verzeiht sich von der Vision eines bedingungslosen Grundeinkommens zu verabschieden, um daraus ein Stück Realpolitik zu machen. Du hast mit dem BGE die Möglichkeit zu sagen, ich setze meinen Bedarf ein oder habe meinen Bedarf abgedeckt und mein Bedürfnis kann ich individuell noch ersteigern. Und das ist eigentlich die Vision, die wir haben und aus der liberalen Ecke, sichtweise finde ich das klasse. Ein BGE wäre wichtig für unsere Gesellschaft und ein Umdenken muss erfolgen.